Ich weiß nicht Okay, was zum Fick soll ich hier tun? Das hat es jetzt nicht gebracht So kann ich durch, so kann ich durch Aaaaaah Ja, ok, also langsam aber sicher ist es dann doch frustrierend. Keine Ahnung was da jetzt gerade passiert ist, Schlittschuhe halt wieder. Boah, ist das ätzend designt, Alter, diese scheiß Stelle hier. Erzähl mir doch mal, was ich hier tun soll, hä? Den Kackklumpen da hinten in die Ecke ballern, so, kann ich den hier rausschieben? Da, für den Kackklumpen dahin. Uh-huh. Moment. Couchen. Couchen, Couchen, Couchen. 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 Lounge. Dann drücken wir doch mal auf Lounge. Couchen. 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 cry, zu führen. Couchen. 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 So, und nun? Bitte nicht! Bitte nicht! So, und nun? So, und nun? So, und nun? So, und nun? So, jetzt haben wir hier einen dicken Zug. Der bringt uns jetzt nach... ...keine Ahnung, Hausen. Oh! Oh, oh! Nein! Hilfe? Was zur hell? Aha! Was zur hell? Aha! So, und nun? Oh! 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 Okay... Oh! Oh shit. Um... Oh, okay. I understand Wie man bei Warhammer jetzt so schön sagen würde Die Xenos Scum 22 45 90% Und hier Ich werde 30% Oh